Hallo und willkommen! Heute gucken wir uns mal an, wie schon die alten Griechen rausbekommen haben, wie groß die Erde eigentlich genau ist, beziehungsweise relativ genau, aber wir gucken mal. Dafür müssen wir zurückreisen ins dritte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Und zwar gehen wir ins heutige Libyen. Dort wurde nämlich Erastotenus geboren. Den haben wir schon bei dem letzten Primzahlen-Video kennengelernt. Und dieser Erastotenus wurde, wie gesagt, in Libyen geboren, was damals aber zu Griechenland gehörte. Und so wurde er dann auch eher klassisch griechisch ausgebildet, also in Philosophie und Literatur. Und als er etwas größer war, ging er nach Athen, wo er zum Beispiel Platon studierte. Und nachdem er sich dort einen Namen gemacht hatte und lauter andere Schriften verfasst hatte, wurde er berufen auf die Stelle des obersten Bibliothekars in Alexandria. Und diese Stelle war nicht nur sehr prestigeträchtig, sondern er hatte hier natürlich auch Zugang zu sehr vielen wichtigen wissenschaftlichen Arbeiten seiner Zeit und forschte in der Zeit dann fleißig auch selbst weiter. Unter anderem veröffentlichte er eine Schätzung der Größe der Erde, wofür er im Prinzip nur eine Sonnenuhr und ein bisschen Mathematik brauchte. Und genau das gucken wir uns heute einmal genauer an. Es war nämlich so, dass Erastotenus in Alexandria von einem speziellen Brunnen in Syene hörte. Syene ist eine Stadt im Süden Ägyptens, die heute Aswan heißt und vielleicht auch bekannt ist vor allem durch den großen Staudamm. Auf jeden Fall hörte Erastotenus von einem speziellen Brunnen, der nämlich zur Mittagsstunde am Tag der Sommersonnenwende, also dem Zeitpunkt des Jahres, an dem die Sonne am höchsten am Himmel steht, an diesem Tag traf das Licht der Sonne direkt auf die Wasseroberfläche. Das bedeutet, dass die Sonne in diesem Moment wirklich genau senkrecht über diesem Punkt auf der Erde stehen musste. Und tatsächlich war es so, dass auch nicht nur die Sonne genau in diesen Brunnen fiel, sondern auch die restlichen Gebäude in Syene an diesem Tag um die Mittagszeit keinen Schatten warfen. Das an sich ist natürlich schon sehr spannend, aber Erastotenus hat sich dann überlegt, dass man daraus eine Art kleines Experiment machen könnte und mit Hilfe dieses Wissens, dass also die Sonne am Tag der Sommersonnenwende senkrecht über Syene steht, dass man damit berechnen könnte, wie groß die Erde eigentlich sein müsste. Dass die Erde eine Kugel sein müsste, oder zumindest nahezu eine Kugel, das war zu der Zeit schon lange bekannt. Unter anderem hatten die Phönizier schon vor rund 3000 Jahren, also von uns ausgerechnet, nicht von Erastotenus, herausgefunden, dass die Erde eine Kugel sein müsste, indem sie nämlich auf ihren zahlreichen Schiffsfahrten feststellten, dass sie, wenn sie zum Beispiel auf eine Insel zufuhren, immer zuerst die höchsten Teile dieser Insel sehen würden. Also zum Beispiel die Baumwipfel oder einen Berg. Und nach und nach konnte man dann immer weiter runtergucken. Und genauso, wenn man zum Beispiel in einem Hafen steht und ein Schiff vom Meer kommt, sieht man ja auch nicht zuerst das ganze Schiff ganz klein und es wird dann einfach immer größer, sondern man sieht zuerst den Mast und dann immer mehr quasi runtergehend Richtung Wasserfläche von dem Schiff. Es war also schon lange bekannt, dass die Erde eine Kugel sein müsste. Man wusste aber so gar nicht, wie groß diese Kugel eigentlich sein würde. Und genau das hat Erastotenus dann sehr gut rausbekommen. Genau, und das Experiment, was Erastotenus dann quasi durchführen ließ, war im Prinzip ganz einfach. Er steckte nämlich einfach senkrecht einen Stab in Alexandria in den Boden und zwar zu der gleichen Zeit, also zum Mittag der Sommersonnenwende. Und dann maß er den Schatten, den dieser Stab geworfen hat. Das waren ungefähr 7,2 Grad. So, und jetzt hatte Erastotenus diesen Winkel gemessen und dann ließ er die Entfernung von Alexandria bis nach Siene messen. Das funktionierte zu dieser Zeit so, dass es spezialisierte Geher gab, die darauf trainiert waren, dass ihre Schritte möglichst gleichmäßig waren und dadurch wurden Entfernungen vermessen, ganz regelmäßig. Und das benutzte Erastotenus dann halt auch für sein Experiment. Heraus kam, dass die Entfernung zwischen den beiden Städten ungefähr 5000 Stadien betrug. Das entspricht heute ungefähr 800 Kilometern. Allerdings variierten diese Stadien so ein bisschen, deswegen kann man es nicht genau nachvollziehen, wie viel diese Stadien jetzt ganz genau in Kilometern sind. Aber man weiß, auf was für ein Ergebnis Erastotenus letztendlich kam und deswegen kann man quasi zurückrechnen, mit was für einer Kilometeranzahl er gerechnet hat. Und da Erastotenus ja wie gesagt wusste, dass die Erde eine Kugel ist, konnte er mit diesen Informationen dann den Umfang der Erdkugel berechnen. Und zwar konnte er ausrechnen, dass 360 Grad, also einmal der komplette Kreisumfang, geteilt durch 7,2 Grad, also den Winkel, den er gemessen hatte in Alexandria, wenn man das Ganze teilt, dann kommt da 50 raus. Und wenn man als Voraussetzung nimmt, dass die beiden Sonnenstrahlen, die in Alexandria und Syene auf die Erde treffen, vorher parallel waren, dann kann man leicht herausfinden, dass diese 7,2 Grad quasi auch vom Mittelpunkt aus gemessen genau die Winkelgröße ist, die so ein Kreissegment dann breit ist. Okay, und wenn wir jetzt diese ganzen Angaben haben, wissen wir tatsächlich, dass wir so eine Art Kuchenstück quasi aus dem Erdumfang herausgeschnitten haben, was 7,2 Grad breit ist. Und wir wissen aber auch, wie vielen Kilometern oder Stadien, je nach Belieben, das entspricht als Teil dieses Erdumfangs. Nämlich genau 800 Kilometer, beziehungsweise diese 5.000 Stadien. Und alles, was man jetzt noch machen musste, ist, dass man 50 mal 800 Kilometern rechnet. Und da kamen 40.000 Kilometer raus. Und diese 40.000 Kilometer ist der Erdumfang berechnet nach der Methode, die Erastotinus benutzt hat. Und tatsächlich ist diese Angabe extrem genau, gerade wenn man sich überlegt, wie einfach dieses Experiment ist. Denn die heutige Messungen besagen, dass der Erdumfang am Äquator 40.075 Kilometern entspricht. Also wirklich kaum Unterschied zu dem, was Erastotinus herausbekommen hat. Wie das so oft ist mit solchen relativ großen, bahnbrechenden Entdeckungen. Denn die Menschen wussten zwar, wie gesagt, dass die Erde eine Kugel ist und dass sie auch deutlich über das hinausgehen würde, was sie schon kannten. Aber man wusste nicht, wie groß die Erdkugel wirklich sein würde. Und die Größe, die Erastotinus da berechnet hatte, ging deutlich über das hinaus, was man erwartet hatte. Und Erastotinus ließ dann auch eine neue Landkarte zeichnen in der Erde, in die sogar das allererste Mal Längengrade auch eingesetzt wurden, die er ebenfalls berechnet hatte. Allerdings waren die Menschen zu der Zeit dann doch sehr überfordert davon, dass die Erde so groß sein würde. Und so wurde die Entdeckung dann insgesamt eher ablehnend betrachtet. Erastotinus starb dann übrigens im Alter von 80 Jahren Zu dem Zeitpunkt war er schon blind und hörte dann einfach irgendwann auf zu essen und starb dann entsprechend. Seine Entdeckung über die Größe der Erde beziehungsweise deren Anerkennung hat er tatsächlich nie erlebt. Das Ganze wurde dann ungefähr 1700 Jahre später nochmal quasi entdeckt. Bis dahin waren natürlich sehr viele Seefahrer schon mit falschen Karten losgefahren und hatten entsprechend die Größe der Erde auch ganz falsch eingeschätzt, obwohl sie es gar nicht gemusst hätten, weil Erastotinus sie extrem gut schon berechnet hatte. Genau, und das war auch schon wieder die Geschichte, die ich euch für heute mitgebracht habe, wie Erastotinus die Größe der Erde geschätzt hat, beziehungsweise wie er sie berechnet hatte mit extrem einfachen Methoden. Es gibt natürlich auch noch zahlreiche andere Varianten, wie die Erde vermessen wurde und da gibt es auch noch jede Menge zu erzählen, aber heute ging es dann erstmal nur um Erastotinus. Und wenn ihr noch mehr zu der Geschichte hören wollt oder zu anderen Methoden, wie man die Größe der Erde berechnen könnte oder kann, dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!